Dave? Das ist Dave Johnson! Von ihm hätte ich nie gedacht, dass er mal ein kleiner wird. Hi! Wow! Uns reicht's vorne und hinten nicht. Ich habe gerade erst meinen Studienkredit abbezahlt. Downsizing, es nimmt sofort den Druck raus. Besonders den finanziellen. Menschen können besser leben, wenn sie kleiner sind. In Leisureland entsprechen ihre 100.000 Dollar glatten 12 Millionen Dollar. Wow! Die Präzision, mit der alles gemacht wird, hat wirklich diese unglaublichen Aufmerksamkeit. Sie unterziehen sich einer bleibenden und nicht umkehrbaren medizinischen Prozedur, allgemein bekannt als Downsizing. Alles klar! Alexander hat so eine Vision, und er ist so ein entscheidender Leiter. Paul, bitte wird nicht wütend. Ich kann meine Familie nicht verlassen. Meine Freunde. Es tut mir leid, Paul. Ich hätte mehr an mich selbst denken sollen. Du willst mehr an dich selbst denken? Ich bin verdammte 12 Zentimeter groß! So groß sie können, bitte. In regards to the tone of an Alexander Payne movie, it just feels like humanity and all its foibles well observed. Ich weiß, so eine Scheidung hat bei jedem eine ziemliche Kerbe ins Ego. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Spaß zu haben hier bei uns. Ich hab Allergien! Warte! Warte! Ich werde meine Schuhe ausziehen. Mach die Augen auf! Die Welt ist voll mit was man sehen soll. Warum das mit dem Downsizing? Nur aus einem Grund. Um hier zu sein. Endlich mal hab ich die Chance, was zu tun, was von Bedeutung ist. Es ist so ein Licht! I'm for the glowing man! Also, die XXL ist erhältlich in Cayenne, Moos und Auberginen. Wir haben 36,5 nicht mehr in Pflaume, dafür in Braun und in Schwarz. Aber ich will unbedingt Pflaume. Finden Sie, dass Moos sümsch aussieht? Hören Sie, ich weiß es nicht, verehrteste. Wählen Sie jetzt bitte eine Farbe aus. Zwei am Leute. Dave? Das ist Dave. Dave Johnson. Also von dem hätte ich nie gedacht, dass er mal ein kleiner wird. Wow. Dann war die Entscheidung, dass ihr Downsizing. Nehmt sofort den Druck aus, besonders den finanziellen. Wir leben wie die Könige. Wir wollen unbedingt umziehen. Wir sind blank. Willst du einen Rat von mir? Leisureland ist perfekt für dich. In Leisureland entsprechen ihre 100.000 Dollar glatten 12 Millionen Dollar. Wow. Wie findet ihr meine Hütte? Okay, lasst es uns machen. Nervös? Kleines bisschen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Sie unterziehen sich einer bleibenden und nicht umkehrbaren Prozedur. Bekannt als Downsizing. Alles klar. Mr. Saffranek, ein Anruf. Paul, werd nicht wütend auf mich. Bitte werd nicht wütend. Ich kann meine Familie nicht verlassen. Meine Freunde. Es tut mir leid, Paul. Ich hätte mehr an mich selbst denken sollen. Mehr an dich selbst denken? Ich bin 12 verdammte Zentimeter groß! So groß wie Sie können, bitte. Ich habe einen Fehler gemacht. Du bist ein netter Kerl. Aber ein bisschen jämmerlicher Kerl. Wer bist du, so mit mir zu reden? Okay, manchmal bin ich ein bisschen Arschloch. Aber die Welt braucht Arschliche, weil sonst wo geht dann die Scheiße raus? Ich weiß, so eine Scheidung haut bei jedem eine ziemliche Kerbe ins Ego. Wir haben hier unten alle Möglichkeiten, Spaß zu haben. Ich habe Allergien. Warte, warte. Ich werde meine Schuhe auch anders sehen. Mach die Augen auf. Die Welt ist voll mit, was man sehen soll. Diese Frau ist wirklich krank. Siege helfen. Du kannst alles tun, was du willst. Oh mein Gott. Endlich habe ich die Chance, was zu tun, was von Bedeutung ist. Land von unbegrenzten Wirklichkeiten. Es ist wunderbar, wenn man klein ist. Finden Sie nicht? Es hat seine Vor- und Nachteile. Was in a lifetime? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020